So, wir gehen rein, Freunde. Ab in die Wahlkabine. Wahlkabine starten. So, die erste Frage von dem 25 ist, sollen Lehrlinge ab dem ersten Lehrjahr mindestens 1000 Euro verdienen? Man kann hier mit Ja, Nein oder Keine Angabe antworten. Ja ist natürlich Zustimmung, Nein ist dagegen, keine Angabe ist, dass man sich enthält. Je mehr man keine Angabe drückt, desto weniger genau wird das Ergebnis von der Wahlkabine sein. Deswegen versucht immer am besten, das Ganze so fair wie möglich zu machen. Ähnlich darunter habt ihr die Gewichtungsskala, es geht von unwichtig bis wichtig. Je nachdem, wie wichtig euch dieses Thema dann auch tatsächlich ist. Für mich persönlich zum Beispiel würde ich sagen, ich bin kein Lehrling. Mir kann es an sich scheißegal sein, ob die Lehrlinge im ersten Lehrjahr 1000 Euro verdienen. Hey du, ja genau du, du das Video scherst gerade. Du interessierst dich scheinbar für Politik, für ein paar Fragen? Dann geh bitte wählen. Am 29. September sind nämlich die Nationalratswahlen in Österreich und deine Stimme zählt. Denn wir wollen keine rassistischen und ausgrenzenden Parteien hier an der Regierung haben, sondern wir wollen ein sozial gerechtes Österreich für alle Menschen haben. Und dementsprechend bitte gewählen, gib deine Stimme ab und wähle nicht diese menschenfeindlichen Parteien. Das kannst du machen, indem du einfach in dein Wahllokal gehst oder bis zum 25. September, je nachdem wann du das Video siehst, noch eine Wahlkarte beantragst. Das geht ganz einfach online mit der digitalen Amt-App, so rum, oder auch per Postweg. Und dann kannst du diese Wahlkarte einfach in einen Postkasten einwerfen und du hast gewählt, deine Stimme zählt. Und genau das gleiche solltest du auch Leuten in deinem Umfeld erzählen. Freunden, Familien, klär die auf, schick denen vielleicht das Video, wenn es ein Thema ist, was heiß diskutiert wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Beantwortung dieser Frage. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass eine faire Entlohnung da ist, denn in Österreich sind wir, und das ist der wichtige Punkt, in Österreich haben wir eine Armutsgrenze. Ab dem Zeitpunkt wirst du dann nämlich als wirklich armutsgefährdet anerkannt, okay? Bei einem Ein-Personen-Aushalt ist das ein Monatswert von 1.572 Euro netto, glaube ich. Das bedeutet, wenn man weniger als das verdient, gilt man als armutsgefährdet. Jetzt denkt ihr euch schon vielleicht, hey, what the fuck, es gibt aber viele Leute, die da drunter verdienen. Richtig, und das liegt an der Inflation, an der Teuerung und an vielen anderen Punkten. Zum Beispiel liegt das daran, dass wir in der Pension viele Leute nicht so viel Geld bekommen. Studenten, also Studierende, Menschen bekommen das logischerweise auch nicht. Und eben auch viele Leute, die im Job arbeiten. Und da kommen auch zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel ein Erwachsene plus ein Kind dazu. Alleinerziehende Mutter mit einem Kind, die in einer Wohnung oder in einem Haus wohnt und Vollzeit arbeiten geht, verdient in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht 2.044 Euro netto. Und das Kind, wenn es in der Schule ist, noch gar nichts dazu. Also da muss man schon bei ein paar Sachen hier reingehen. In den meisten Fällen wird es nicht so sein, dass man im ersten Lehrjahr irgendwie schon ausgezogen ist, eine eigene Wohnung hat und Miete zahlen muss und alles Mögliche. Dementsprechend fällt man natürlich nicht hier in die Armutsgrenze rein, weil man meistens wahrscheinlich hier unter ein Erwachsenes ein Kind fällt, wenn man eben noch bei Mutter oder Vater wohnt oder eben vielleicht zwei Erwachsene und ein Kind. Und dann ist dieser Wert natürlich gleich ganz anders gerichtet. Zum Beispiel sagen wir mal, du bist mit deiner Mutter, wohnst du zusammen in einer Wohnung, die geht Vollzeit arbeiten und du machst gerade deine Ausbildung im ersten Lehrjahr. Sie verdient 1.600 Euro netto, du verdienst bei deiner Lehre 400 Euro oder so. Dann bist du ja knapp über der Armutsgrenze. Also dann geht es uns ja super. Ja, nichtsdestotrotz, der Status Quo ist nicht 1.000 Euro. Der Status Quo ist, wie wir gerade vorher auch schon bei der FPÖ gesehen haben, irgendwas zwischen 325 und 500 Euro. Ich glaube, es gibt eine Richtlinie dafür, wie das bei verschiedenen Sachen ist, bei verschiedenen Lehrberufen, Handel, Personendienstleistung und so weiter. Das ist immer unterschiedlich. Es ist halt ehrlich sehr unterschiedlich. Aber wenn ich sagen müsste, weil es gibt auch Leute, die haben in der Schule Probleme, haben psychische Probleme oder werden gemobbt, kommen nicht darauf klar, droppen aus der Schule oder Eltern scheiden sich, man hat einen Umzug, man ist im schweren sozialen Umfeld und danach muss man die Schule wieder anfangen, schafft es aber auf dem nächsten Anlauf nicht so in die Richtung und dann entscheidet man sich vielleicht eine Lehre zu machen. Und dann ist man im ersten Lehrer, wenn man 18, 19, 20 ist vielleicht so in die Richtung. Es kann auch sein natürlich, dass man eben Schule abgeschlossen hat, danach irgendwie eine Lehre anfangen möchte und dann bist du ja in dem Moment einfach jemand, der eigentlich Vollzeit arbeiten gehen könnte, weil viele Leute in deinem Alter das schon tun, aber du eben aufgrund von deinen Umständen nicht kannst und jetzt eine Lehre machst, weil du zum Beispiel keinen Job findest oder so und dann kriegst du halt einfach für diese Lehre halt einen Scheiß ausbezahlt. Du kriegst halt 325 Euro oder 400 Euro oder 500 Euro im Monat und damit kann man halt nicht leben und vor allem eben in diesem Alter ist es halt super schwierig, wenn man keine privilegierten Eltern hat. Ideal meiner Meinung nach wäre, dass man hier hingeht und sagt, pauschal 1.000 Euro für jeden Lehrberuf in jedem Szenario, weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen ja, aber es gibt bestimmt Ausnahmen, die das unbedingt nicht brauchen, ja. Also sagen wir zum Beispiel jetzt, du bist 15, fangst eine Lehre an, deine Eltern gehen beide Vollzeit arbeiten, ihr habt Eigentum, also wohnt auf einem Haus, die verdienen gut, der Papa sitzt bei der Bank im Vorstand und nimmt 8 Netto mit nach Hause. Meine Fresse, dann ist es scheißegal, wie viel du verdienst, aber natürlich soll jeder für seine Arbeit fair bezahlt werden, ja. Das ist halt der Grundkonsens und deswegen würde ich diese Frage immer mit Ja beantworten. Das ist so meine Aussage dazu, den Punkt, okay. Wie wichtig mir das ist, ich bin wie gesagt selber kein Lehrling, und ich finde, dass es dennoch wichtig ist, weil wir einfach nur mehr Leute, die armutsgefährdet sind, damit reintreiben und das ist auch mehr oder weniger ein bisschen ein Steigbügel für rechtes Gedankengut und rechte Politik. Lass mich erklären kurz zu dem Punkt, warum das so ist. Wenn wir mehr Leute haben, die sich dazu entscheiden, ins Handwerk zu gehen, sind meistens eher Leute vom Dorf zum Beispiel, also eher ländliche Gegend, die dann zum Beispiel Schreiner, Tischler, Maurer oder sonstiges werden und dafür eine Lehre machen oder auch Friseure. Das sind Leute, die dann eben keinen Hochschulbildungsgrad haben und das ist ja auch studienmäßig belegt, dass Leute, die einen Hochschulabschluss haben, eher politisch aufgeklärt und gebildet sind. Leute, die eher ungebildet sind und da können sie ja meistens nichts dafür, das Bildungssystem, und halt zum Beispiel eben dann einen handwerklichen Beruf machen anstatt eben eine Hochschulbildung, eine Hochschulreife, sind dann Leute, die eher anfällig sind für Populismus und Propaganda. Und je mehr Leute es gibt, die halt in das Handwerk gehen, was unfassbar wichtige Berufe und gute Berufe sind und hier eine Lehre machen, desto mehr Leute könnte es auch geben, die potenziell anfällig für sowas sind. Erst recht, wenn sie damit nichts verdienen. Und das ist wieder ein perfektes Beispiel davor, wie wir es bei der FPÖ hatten. FPÖ ändert das Lehrlingsgehalt von 750 Euro auf 325 Euro. Also die streichen mehr als die Hälfte von dem Gehalt von jungen Leuten, die ins Handwerk gehen und eher am Land wohnen und keine Hochschulbildung haben. Danach stellt sich die FPÖ in der Opposition hin und sagt, die scheiß Regierung, die will nicht, dass die Leute was verdienen für ihre harte Arbeit. Kaum Leute gehen noch in Ausbildungsberufe, kaum Leute werden Handwerker, kaum Leute machen irgendwelche Fachausbildungen oder lernen, weil sie so schlecht verdienen. Wie kann das sein, dass irgendwelche Ausländer Sozialhilfen bekommen und alles mögliche und Leute, die wirklich arbeiten gehen wollen und eine Lehre machen wollen, was lernen wollen, gehen mit 300 Euro nach Hause. Wie kann sowas sein? Weil ihr selber dafür gestimmt habt. Das ist der Punkt einfach. Checkt ihr, was ich meine? Und deswegen bin ich der Meinung, wenn diese Leute, die ins Handwerk gehen wollen, sich politisch vielleicht nicht so viel dafür interessieren wie zum Beispiel ich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nicht jeder Mensch muss politisch sein oder sich für alles Politische interessieren und sich mit allem befassen und auseinandersetzen. Aber wenn diese Leute einfach mit einem fetteren Lohnzettel am Ende des Tages nach Hause gehen, dann denken die sich wahrscheinlich, Kickl, red nicht so einen Scheiß daher. Ich habe meinen Lohn und es ist fair, dass ich gut bezahlt werde für das Handwerk, was ich mache. Das ist voll in Ordnung. Also mir ist scheißegal, was du redest. Und mir ist auch wurscht, ob irgendein Ausländer in Wien gerade Sozialbeihilfe bekommt für seine Wohnung, weil er keinen Job findet, weil ich bekomme meinen Lohn für die Arbeit, die ich mache und das ist fair. Aber wenn die nur 300 Euro bekommen, dann sind die eher so, was soll die Scheiße, warum kriegt irgendjemand für seine Miete 1000 Euro in Wien und geht nicht arbeiten und ich gehe mit 300 Euro nach Hause, wenn ich mir den Arsch aufreiß für meine körperlich schwere Arbeit. Und das ist vollkommen justified in dem Gedankengang, wenn man eben nicht weiß, dass eigentlich die Partei, die das mobilisiert, dafür verantwortlich ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass das eher wichtig ist. Und ich gebe eine Acht. So. Sollen Lehrlinge ab dem ersten Lehrjahr mindestens 1000 Euro verdienen? ÖVP, Neos, LMP sagen nein. FPÖ sagt ja, aber das, obwohl sie selber das Lehrlingsgehalt halbiert haben. Wichser, wirklich. Kommentar von der ÖVP. Wir unterstützen eine faire Entlohnung für jeden Lehrling. Die Höhe des Lehrlingseinkommens variiert je nach Beruf und Lehrjahr und wird kollektivvertraglich von den Sozialpartnern ausgehandelt. Ja, also unterbezahlt. Sklavenarbeiter einfach, willst du sagen, ja? Eine davon abweichende Regelung über die Sozialpartner hinweg ist aus unserer Sicht nicht zielführend. SPÖ. Die Höhe der Lehrlingsentschädigung wird von den Sozialpartnern ausverhandelt. Sie sollen eine existenzsichernde und faire Belohnung darstellen, inklusive Teuerungsabgeltung. Lehrlinge leisten einen wichtigen Beitrag und Fachkräfte für morgen. Sie haben sicher über 1000 Euro verdient. Based. Ein Mindestlohn für Lehrlinge sollte die Berufsausbildung im Handel, gefärben und Industrie für Tourismus attraktiv. Ihr scheiß Huren, Söhne, wirklich. Wie kann man so dreist sein? Das gibt es nicht. Die kürzen Lehrlingsgehälter auf 325 Euro und trauen sich so etwas zu schreiben. Das ist lächerlich, wirklich. Grüne. Lehrlinge leisten Arbeit und tragen zum Erfolg von Unternehmen bei uns sind die Fachkräfte für morgen. Diese Leistung ist dementsprechend auch zu den Lohnen aktiver zu machen. Lehrlinge dürften daher nicht das Billig-Arbeitskräftiges verbraucht werden. Based. Die Lehre ist eine Ausbildung. Das Lehrlingseinkommen ist kollektivvertraglich geregelt. Haben wir schon von der ÖVP gehört. Wir haben jetzt schon in manchen Branchen, in manchen Bundesländern einen Mangel an Lehrstellen, der sich durch diese Maßnahme wohl nicht mehr verschärfen würde. Wir haben die größte Lehrlingsinitiative aller Zeiten in Social Media Kampagnen gerade mit GEMA Lehre und ihr würdet mir sagen, wir haben einen Mangel an Lehrstellen. In welcher Welt haben wir einen Mangel an Lehrstellen? Was? Das gibt es nicht. Wie kann man sich sowas dreisten? Bierpartei, wir sind für eine Aufwertung und Attraktivierung der Lehre mit Interesse beider Seiten niemand so wenig als 1000 Euro wundlich verdienen. Natürlich, denn die arbeiten oft nicht nur richtig hart, sondern müssen auch selbstständig von ihrem Geld leben können, was selbst mit 1000 Euro in den heutigen Preisen nicht geht. Keine Armutslöhne für Auszubildende. KPU fordert höhere Löhne und Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen jetzt. Alle Beschäftigten müssen für einen entlohnt und unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten können. Das gilt auch für Lehrlinge. Ausbildung ist ein Teil von der Erwerbsarbeit und er hat gestern entsprechend entlohnt. Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich und soll im Rahmen der Kollektivverträge gewickelt werden. Fickt euch. Wer ist LMP überhaupt? Das ist für eine scheiß Partei.